Ich habe es gemerkt, es hängt ein bisschen von der Kultur ab, also die Schweizer zum Beispiel sind ziemlich, wie würde ich sagen, gute Schüler, die nehmen nicht so viel, die haben gut gehört und so weiter, andere Kulturen, hier zum Beispiel in Italien nehmen viel, wobei in Italien habe ich gesehen, die Eltern nehmen viel, die Kinder sagen, ey nein, nimm ein bisschen wenig, hast du gehört, was der andere gesagt hat? So ist es in Kampenat, vom Kultur her und auch vom Alter her.